21 Möglichkeiten um täglich 500 Kalorien zu sparen Du kannst die Teller bereits in der Küche vorbereiten, statt die Pfanne auf den Tisch zu stellen. So verhinderst du mehrmaliges Nachschöpfen. Um wirkungsvoll abnehmen zu können, müssen meist verschiedene Gewohnheiten verändert werden. In diesem Artikel stellen wir Ihnen 21 Möglichkeiten vor, wie Sie täglich 500 Kalorien sparen können. Es ist nicht unmöglich und es lohnt sich. Probieren Sie es selbst aus. Wie reduziert man 500 Kalorien am Tag? Ruhelos sein verbringen Sie nicht den ganzen Tag zu Hause auf dem Sofa, vor dem Computer oder vor dem Fernseher. Oder, spazieren Sie z. B. Während Sie telefonieren, wenn Sie lange sitzen, denken Sie an ein schönes Lied und bewegen Sie dazu die Beine. Vermeiden Sie zu viel Ruhe. Essen Sie keine Trockenfrüchte. Vor allem Trockenfrüchte in großen Packungen sollten Sie meiden. Es wurde sogar in wissenschaftlichen Studien bewiesen, dass je größer die Portion ist, desto mehr davon gegessen wird. Auch wenn Nüsse sehr gesund fürs Herz sind, enthalten Sie eine große Menge an Kalorien. Eine Handvoll enthält 175 Kalorien. Wenn Sie nicht auf Nüsse verzichten möchten, dann können Sie auch Pistazien essen. Eine Handvoll enthält nur 80 Kalorien. Essen Sie nicht vor dem Fernseher. Laut einer Studie essen wir vor dem Fernseher etwa 300 Kalorien mehr, denn beim Fernsehen geben Sie weniger acht, was und wie viel Sie essen. Setzen Sie sich besser an den Esstisch und machen Sie den Fernseher aus. Verzichten Sie auf den Film und machen Sie einen kleinen Spaziergang. Sind Salate nicht wahnsinnig gesund? Ja, eigentlich schon, aber es gibt einige Ausnahmen. Wenn Sie Ihren Salat mit Schinkenstreifen oder mit Käse, Speck, Nüssen, Salatsoßen, Mayonnaise, Frittiertem etc. kombinieren, dann werden Sie damit nicht abnehmen. Für einen Salat sollten Sie nicht mehr als vier Zutaten verwenden. Benutzen Sie kleine Teller. Benutzen Sie kleinere Teller als gewöhnlich. So beladen Sie diese mit weniger Essen. Wenn man Ihnen gelehrt hat, immer ganz aufzuessen, dann können Sie mit den kleinen Tellern diese Regel auch ohne schlechtes Gewissen befolgen. Ziehen Sie Espresso vor die Größe der Kaffeetassen, die meist in Kaffeehäusern und Läden serviert werden, sind übertrieben. Eine große Tasse Kaffee kann bis zu 670 Kalorien enthalten, wenn Sie diesen zusätzlich noch mit Rahm oder Schokolade verfeinern. Deshalb wählen Sie besser einen Espresso, der enthält nämlich nur 30 Kalorien. Zählen Sie die Zwischenmahlzeiten. Wenn Sie Kartoffelchips und Kekse mögen, dann sollten Sie auf diese nicht ganz verzichten. Wir raten Ihnen, z. B. 5 Kekse zu genießen und dann das Päckchen wieder wegräumen. Bereiten Sie keinen großen Teller vor, sonst essen Sie alles, denn diese Lebensmittel machen süchtig. Servieren Sie das Essen nicht auf dem Tisch. Meist setzen sich Familien an den Tisch und schöpfen das Essen aus großen Schüsseln. Wenn Sie dies tun, dann werden Sie den Teller ein zweites Mal füllen. Besser bereiten Sie Ihren Teller schon in der Küche vor. So haben Sie Ihre Portion und schöpfen nicht noch ein zweites Mal nach. Sagen Sie, nein, zu Cocktail schon ein Glas enthält eine große Menge an Sirup, Zusatzstoffen, Rahm, Säften aus der Dose und Zucker. Das macht dann insgesamt 800 Kalorien aus. Deshalb ist es besser, Cocktails zu vermeiden und frische Fruchtsäfte zu trinken. Essen Sie weniger Teig, waren ein Teller. Der Pasta ohne Soße enthält 220 Kalorien. Wenn Sie dann noch Ihre kleinen Sünden hinzufügen, dann können sich die Kalorien verfünffachen. Wählen Sie, wenn es schon unbedingt Nudeln sein müssen, am besten Vollkornspaghetti. Laden Sie nicht zu viele Personen gleichzeitig ein. Wenn Sie mit mehr als sieben Personen essen, dann wird Ihre Portion ohne Zweifel automatisch größer. Wenn wir viele Gäste zum Essen erwarten, dann bereiten wir häufig das Doppelte oder das Dreifache vor, denn wir wollen auf keinen Fall zu wenig haben. Reinigen Sie Ihren Teller nicht. Die Etexperten sind zum Schluss gekommen, dass man 25% des Essens auf dem Teller stehen lassen sollte. Wenn etwas übrig bleibt, können Sie das entweder dem Hund füttern oder für das nächste Mittagessen aufbewahren. Bestellen Sie sich ein kleines Menü Fastfoodketten und im Bissboden bieten uns die Option, unser Menü zu vergrößern. Dies ist aber schädlich für unsere Gesundheit. Das gleiche gilt auch für die größeren Portionen in Restaurants. Wenn Sie die kleineren Pommes frites und das kleinere Eis zum Nachtisch auswählen, sparen Sie viele Kalorien. Lassen Sie Milchshakes aus. Im Sommer sind Milchshakes sehr lecker und erfrischend, aber sie enthalten auch viele Kalorien. Ein großes Glas aus Banane, Milch und Zucker enthält etwa 800 Kalorien. Wählen Sie lieber Fruchtsäfte. Achten Sie auf versteckte Öl. Es ist immer besser, wenn Gerichte mit Wasser oder mit Brühe zubereitet werden, bevor mit Öl gekocht wird. Ein Löffel Öl enthüllt 124 Kalorien. Schlafen Sie genug Personen, die weniger als 7 Stunden schlafen, essen mehr. Dies haben verschiedene Studien ergeben. Wenn Sie zum Beispiel spät ins Bett gehen und noch Fernsehen, ist es möglich, dass Sie abends noch nöschen. Seien Sie bei Feiern der Gastgeber oder die Gastgeberin Aufgaben wie zum Supermarkt fahren, kochen, putzen, den Tisch vorbereiten etc. Verbrennen viele Kalorien. Deshalb ist es eine gute Idee, wenn Sie die Gäste einladen. Mit den Vorbereitungen verdienen Sie sich so auch die Nachspeise. Sagen Sie Nein zu Softdrinks. Ein Glas von einem Softdrink enthält etwa 200 Kalorien. Wenn Sie zwei bis drei Gläser pro Tag trinken, dann kommen Sie schon an Ihr Limit. Trinken Sie lieber Wasser, um Ihren Durst zu stillen. Essen Sie weniger. Sie können Ihren Magen austricksen, wenn Sie weniger essen. Beispielsweise können Sie vor dem Mittagessen oder vor dem Abendessen eine Tasse Brühe trinken. Auf diese Weise nehmen Sie dann beim Essen weniger Kalorien auf. Achten Sie auf Anzeichen des Körpers. Der Magen meldet sich, wenn er genug zu essen bekommen hat. Es ist wichtig, dass Sie dieses Signal beachten. Statt auf den Teller zu achten, schauen Sie besser auf die Anzeichen Ihres Körpers. Er wird Ihnen sagen, wann Sie genug gegessen haben. Wählen Sie Getränke ohne Zucker. Auch wenn Sie Tee trinken, enthält dieser viele Kalorien. Wenn Sie ihn mit mehreren Löffeln Zucker süßen, wählen Sie besser natürliche Süßungsmittel wie Stevia oder lernen Sie den Tee mit nur wenig Zucker zu trinken. Bilder von Quinn Dombrowski, Ian Buchanan, Clemens V. Vogelsahn, B.E.V. Sykes, Midiman, Josep, Marosel, Matt, Selina.